Ja, ich würde mich da gerne mal testen, wie du so als Jury mal rausst. Ich wollte gerade sagen, das ist zu spät, weil ich versuche hier, das ist ja hier on-air-Casting mit meiner Comedy-Show. Wie funktioniert das ganz genau? Ich sitze in der Jury, und ich wollte gerade sagen, das ist zu spät, weil ich versuche hier, das ist ja hier on-air-Casting, Casting mit meiner Comedy-Show hier. Und ich würde mich da gerne mal testen, wie du so als Jury mal rausst. Wie funktioniert das ganz genau? Ich wollte gerade sagen, das ist zu spät. Ja, ich versuche hier, das ist ja hier on-air-Casting mit meiner Comedy-Show hier. Und, ja, ich würde mich da gerne mal testen, wie du so als Jury mal rausst. Und ich versuche hier, das ist zu spät. Und ich versuche hier, das ist ja hier on-air-Casting mit meiner Comedy-Show hier. Und ich würde mich da gerne mal testen, wie du so als Jury mal rausst. Ich würde mich da gerne mal, ich würde mal testen, wie du so als Jury mal rauszählen, das ist ganz genau. Ich würde mich da gerne mal, ich würde mal testen, wie du so als Jury mal rauszählen, das ist ganz genau. Ja, haf's mich! Ja, das ist ja echt geil, dass ihr alle hier hinkommt, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, weil du ja... Hammer, wie funktioniert das ganz genau? Ja, haf's mich! Und muss halt die ganzen Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen verteilen, die Menschen verteilen, die Menschen verteilen. Wie funktioniert das ganz genau? Wow, deine Fans sind ja Wahnsinn! Ja, natürlich! Und ihr seid euren ganzen Protagonisten beurteilt und Punkte verteilt. Wow, deine Fans sind ja wahnsinnig. Ich sitze in der Nähe und ihr seid euren ganzen Protagonisten beurteilt.